Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Grimma's, das gestohlene Königreich. Hier ist Sabine die Cat und wir gehen jetzt runter zu der Lore. So, und dann reden wir einfach mal. Oh, es ist du. Du hast mich da in der Stadt geholfen. Jetzt musst du mir helfen. Das ist unser wahrer König. Du musst ihn ausführen. Der wahrer König? Wir haben uns geholfen. Du musst mir glauben. Bleib hier, ich bringe etwas frisches Wasser und Bandage. Er ist entschuldigt und verletzt. So, für alle diese Jahre, es war unser König, zuerst den Raum? Ich bin in Schock, wirklich. Das bedeutet, dass Dinge zurückkommen, wie sie waren? Wir können immer die Königin und Justiz suchen. Wir haben oft eine Hilfe von in der Stadt geholfen. Natürlich. Es wäre mein Glück. Ich habe keine Bandage. Das ist, warum ich hier bin. Ich wollte den König für eine Entschuldigung fragen, aber die Gälder werden nicht jemanden nahe der Stadt geholfen lassen. Natürlich werden ich. Ich werde nicht mehr in diesem König in dieser Stadt geholfen lassen. Bevor du gehst, mach das. Es bringt dir einen Blick. So, wir bekommen einen Sturmstein. Der nächste Falke. Oben rechts. Dann gehen wir zum Pferdchen her. Den Eimer nehmen wir mit. Gehen zum Wachposten rüber. Der nächste Falke 24. Hier oben rechts. Gehen wir zum Fenster her. Da kriegen wir ein Rasiermesser. Rüber zu der Kutsche. Da gibt es ein Brecheisen. Dann gehen wir wieder zurück. Gehen wir zum Pferd. Da können wir jetzt die Tasche öffnen mit dem Rasiermesser. Dann kriegen wir einen Schlüssel und einen zerrissenen Umhang. Dann können wir gleich mal hier die Kiste öffnen. Nehmen die Spule mit. Gehen wieder nach rechts Richtung Wachposten. Jetzt können wir hier beim Fenster das kleine Kasterl aufsperren. So, da kriegen wir mal ein Rezept. EMP-Wolke. Eine Mischung, die Golems deaktiviert. So, Bandagen. Und Vaselinöl. Wir können jetzt das Rezept herstellen. So, für die EMP-Wolke brauchen wir Vaselinöl. Und Sturmstern. So, wie immer. Wir brauchen... Rechts mal grün. Und links grün. Dann können wir das gleich mal verschieben hier. Hier unten brauchen wir Rot. Und dann sollte das Ganze auch passen. EMP-Wolke. Die werfen wir jetzt gleich hier auf den Golem drauf. Dann bekommen wir einen Magneten. Den Magneten können wir jetzt gleich hier links bei der Kutsche einfügen. Dirigiere den Ball durch die Gänge in das Loch auf der anderen Seite. So, dann fangen wir mal hier oben an. Dann gehen wir hier runter. Verstellen das. Und nochmal hier hoch. Und das war's nicht. Doch, war's. So. Das hab ich mich selber vertan. So, und jetzt einfach nur noch geradeaus durch. So, dann haben wir hier Räucherstäbchen. Und eine Brustplatte. Damit gehen wir jetzt vor zum Haupteingang. Der nächste Falke ist hier oben links. Dann gehen wir zu dem Löwen her. Da können wir gleich mal den Weihrauch reinschmeißen. Gehen links hierher zu der Fahne. Da hängt ein Faden raus. Da benötigen wir unsere Spule. So, dann haben wir einen Faden. Jetzt können wir rechts zum Boot hergehen. So, erst einmal, wir holen uns Wasser. Dann haben wir das Weihrauch, also das Räuchergefäß. Das hängen wir hierher und verscheuchen damit die Insekten. Und kriegen den Hafer und den Hut. Beziehungsweise Weizen. Gut, dann gehen wir zurück. Und zum Ladebereich. Gehen zum Pferdchen her. Kriegt jetzt mal was zu fressen. Dann können wir uns die Brosche hier anschauen. Und ziehen die Nadel raus. Jetzt gehen wir zu der Nähmaschine hier hinten hin. So, erstmal die Nadel. Der Faden. Und dann nähen wir den zerrissenen Umhang fertig. Und jetzt verarzten wir noch unseren König. So, einmal Wasser. Und Bandage. Okay. Ich habe ihn nicht gesehen, dass er hinter der Runde ist. Der Schlüssel könnte ihn dort sein sein sein. Ich habe ihn nie gesehen, dass er von der Runde aus seinem eigenen Runde ist. Er sieht passiv aus und hat keine Hoffnung ohne seinen Meister. Dieser Traktor hat alle meine Anwälte und Kastelstaff mit neuen Menschen in ein paar Wochen. Oh, das ist eine Ansage. Wir nehmen den Ziegelring. Wir gehen jetzt vor zum Wachposten, zum Zelt hierher. Dann haben wir das Wimmelbildspiel vor uns. Wir brauchen eine Aladin-Lampe, vier Münzen, zwei liegen am Tisch, eine beim Sessel und links in der Truhe. Fleur de Lis, hier oben, Besteck, haben wir hier einen Löffel, Gabel, Messer, die helle Bade ist links, ein Kompass, diesmal kein Zirkel, das Fernrohr auf dem Sessel, die Kanone auf dem Tisch, das Siegel hier vorne, der König ist die Spielkarte. Die Pfeife ist in dem Fall die Trillerpfeife und der Vogel. So, wir haben eine Pfeife bekommen. Jetzt gehen wir zu der Puppe hierher, kommt einmal der Helm, Umhang, Brustplatte. Dann haben wir eine komplette Uniform. Jetzt gehen wir vor zum Haupteingang, ziehen uns um und pfeifen. Ein neues Schwer! Nichts, bitte. Du musst dich schnell auf. Ich spiele hier. Wir sind die alleinige Einheit. Der Alchemist wird etwas Schweres machen. Ich bin Angst, ihn und seine Magie schwarze. Ich sehe, dass du hier hier bist. Ich spiele hier. Wir sind diejenigen, die heute Abend auf dem Angriff. Der Alchemist wird etwas Schweres machen. So, wir kriegen also die Schlüssel. So, Falke Nummer 26, hier oben auf der rechten Seite. Dann gehen wir zum Kamin. Da kriegen wir Katzenminze und ein neues Rezept. Asche der Zeit, ein altes Druidenrezept, das verwendet wird, um den Kreislauf des Werdens und Vergehens zu beschleunigen. Wenn angewendet, werden Samen zu Bäumen und Schwerter zu Rost. So, hier können wir nichts machen. Wir gehen hier oben hin. Mit dem Schlüssel können wir die Tür öffnen. Geht's weiter Richtung Thronsaal. So, der sitzt jetzt da. Wir brauchen den nächsten Falken. Auf der linken Seite haben wir das nächste Wimmelbildspiel. Wir brauchen einen Schmetterling. Kerzenhalter. Barren haben wir hier einen. Hier hinten. Hier vorne rechts. Das Kleeblatt. Diamant ist hier vorne. Schädel in der Truhe. Becher hier. Die Maske ist hinten links. Das Schiff hier auf der rechten Seite. Die Biene. Damit ist das hier gemeint. So, das Pferd in der Mitte. Und hier hinten das Ei. Klingernd Diamant. So, jetzt gehen wir vor zum Observatorium. Gehen den Falken suchen. Der ist hier oben links. Damit fehlt uns nur noch einer. Wir gehen zu der Katze her. Bestechen die mit der Katzenminze. Wir kriegen eine Weltkugel. Und eine Kette. Wie die schnurrt. Rechts beim Bücherregal. Wir kriegen einen Brieföffner. Und eine Sternenkarte. Die Sternenkarte können wir hier oben einfügen. Verwende das Teleskop und die Vergrößerungsfunktion, um die passende Konstellation zu finden. So, wir gehen mal runter. Zum Minus. Das können wir jetzt so drehen. Dann gehen wir ganz rechts unten hin. Da haben wir die Eule. Das passt mit dem über rein. Einfach draufklicken. Dann stellen wir das Ganze in die Mitte. Gehen hinauf. Es ist oben mittig. So, da haben wir den Fliegenden. Dann brauchen wir Plus. Und jetzt müssen wir ganz runter. Wenn er sich bewegen ließe. Das hakt ein bisschen. Ach so, jetzt läuft es. Es tut mir leid, es liegt nicht an mir. Es liegt am Spiel diesmal. Ganz unten links. So. Ganz links rüber. Ein Stückchen hoch. So, das passt dann hier. Dann kriegen wir ein Planetenmuster. Das kommt dann hier rein. Das Planetenmuster können wir schon mal einfügen. Wir gehen jetzt zurück in die Empfangshalle, in die Schlosshalle, zu der Sanduhr rechts. Mit dem Diamanten können wir die aufschneiden. Dann kriegen wir zwei Sachen, einmal Erdkugel Nummer zwei und Zeitzand. Dann gehen wir zu der Reiterstatue hierher. Hier oben können wir mit dem Brieföffner den Planeten rausholen. Dann gehen wir zum Kamin, fügen die Kette ein und kriegen eine Zange. So, jetzt gehen wir wieder fort zum Thronsaal. Auf der rechten Seite können wir jetzt mit der Zange das rausziehen. So, dann bekommen wir einen leeren Kristall und einen Magierstab. Gehen jetzt fort zum Observatorium. Fügen hier unsere drei Planeten ein. Elixier-Vitee. Eine legendäre Formel, die von vielen Alchemisten im Laufe der Geschichte gesucht wurde. Man sagt, das Elixier könne jede Krankheit heilen und sogar ewiges Leben schenken. Und wir bekommen eine kosmische Essenz. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zum Rezept über. Zur Asche der Zert. Zertsand. Leerer Kristall. Kosmische Essenz. So, das heißt, wir brauchen unten mal Rot. Das heißt, wir brauchen unten mal Rot. Und dann sollte das auch so passen. So, wir kriegen die Asche der Zert. Die schmeißen wir jetzt auf den falschen König. Hier vorne. Und können weitergehen, Richtung Burgmorn. Was? 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 Was machst du hier? Das ist meine Mutter. Und mein Vater. Nichts, du wirst du? Das Hamlet me das Macht, die mir die Macht, zu nehmen Kestrel's soul und kürzen deine Mutter. Das ist verrückt. Da muss eine andere Weise sein. Ich werde nicht, dass du meinen Vater verletzt. Ich habe zu lange für diesen Moment. Ich liebe sie. So, wir schnappen uns auf jeden Fall den letzten Falken. Damit haben wir alle gesammelt und greifen jetzt an mit unserem Alchemistenstab. Blau. Gelb. Und grün. Lila. Rot. Gelb. Ups, das war der Falsche. Lila. Rot. Grün. Gelb. Grün, lila, rot und blau. Rot, grün, gelb, lila, blau. Rot, grün, blau, 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 blau. Still have one last chance to save her. I shall sacrifice my soul and put it in the amulet. So, dann können wir das nehmen. Use it well. Farewell, my child. Some how, even after all he has done, I feel sorry for him. My love, what he did is unforgivable. He broke his vows and betrayed his closest friend and his kingdom. If I was in his place, I'd think about doing even worse things to save you. There is a huge difference between thinking and doing. And you know it'd break my heart, love. Sweet child of mine. How you have grown, both in body and soul. I'm so happy I got to see you both. Now that I got to say goodbye, I can go to the other side. Peacefully. No, don't go. Don't close your eyes. I cannot lose you again. Not like this. Daughter. Please save her. I beg you, think of something. So, wir schauen uns das jetzt näher an. Bekommen noch eine Haarlocke. Und können Rezepte herstellen. Elixierwitte. Haarlocke. Und eine erlöste Seele. So, das heißt, wir brauchen Rot unten. So. Und eine erlöste Seele. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Entschuldigung, ich hab mich echt vertan. So, wir kriegen auf jeden Fall das Elixir, bitte. So. Oh. The cruel reign of the Alchemist is over. However, my heart is torn. There will be peace in the kingdom once more, and we can finally go home, together. So, das war Lost Grimmers. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, 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 das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020